Der Tod von Philipp Mickenbecker bewegt uns alle. Ob wir ihn gekannt haben oder nicht, irgendwie spüren wir, dass hier ein ganz besonderer Mensch am 9. Juni 2021 von uns gegangen ist. Philipps Tod wirft viele Fragen auf und fordert uns im Umgang mit Trauer heraus. Viele haben für Philipps Heilung gebetet, die körperlich gesehen aber ausgeblieben ist. Gestern habe ich, Daniel Höhli, ein Interview mit dem Astrophysiker Heino Falke geführt. Dabei spreche ich mit ihm über sein weltweit erstes Bild von einem schwarzen Loch und was es bedeutet. Als ich ihn frage, woher die Faszination der Menschen für dieses Bild kommt, da kommen wir auch auf den Tod zu sprechen. Und weil seine Antwort so gut in diesen Moment reinpasst, haben wir uns kurzzeitig dazu entschieden, diesen Ausschnitt bereits heute vorab zu veröffentlichen. Nächste Woche kannst du dann hier bei Idealisten das ganze Interview mit Heino Falke hören. Ich wünsche dir viel Trost in diesen Tagen, aber auch Hoffnung und Zuversicht darauf, dass das Beste noch kommt. Ich glaube ja im Gegensatz jetzt zur Mondlandung, die Sie erwähnt hatten, hat das schwarze Loch aus meiner Sicht, also die Faszination der Menschen, ich glaube dieses mit dem Angst, was Sie angesprochen hatten und Jenseits, ist für mich so dieses Ultimative, nämlich die Angst vor dem Tod. Ja, ich denke auch, dass das mitschwingt, wenn Menschen über schwarze Löcher reden. Das Ende, das ist so ein greifbares, eigentlich so ein mythologisches Objekt, ein modernes, wissenschaftliches, mythologisches Objekt, das auch für Ängste und Tod jenseits Zerstörung steht, aber auch so eine morbide Faszination hat. Ja, und ich habe mich halt in dem Zuge dann gefragt, ob das nicht sogar einen therapeutischen Effekt haben könnte, wenn man quasi endlich eine Chance hat, sozusagen dem Tod ins Auge zu schauen. Absolut, ich denke, das ist eine ganz wichtige Erfahrung für Menschen im Allgemeinen, jetzt speziell, ich glaube, dass das ein befreiendes Etwas hat, also weil schwarze Löcher, da hat man schon mal von gehört und das ist so, was man so diffuse Angst hat und jetzt sieht man das. Jetzt weiß man zumindest, was man immer zu tun hat. Jetzt hat man die diffuse Gefahr, die hat irgendwo einen Ort, so einen Punkt. Ja, und dann, okay. Die Wissenschaftler, die gucken sich das an und die studieren das. Klar hat man davor vielleicht immer noch Angst ein bisschen, aber ich kann es zumindest sehen. Und ich glaube, das ist ja wirklich eine sehr menschliche Art zu denken und zu fühlen, dass es wichtig ist, glaube ich, dem Tod ins Auge zu schauen und zu wissen, wie er aussieht, worauf mich zu bewege. Und das erlebe ich so im alltäglichen Leben, wenn wir jetzt nochmal den Sprung machen, den harten Sprung zur Wirklichkeit von der Astronomie weg, dass Menschen sich damit gar nicht beschäftigen wollen, dass sie Angst vor dem Tod haben, dass sie den wegdrängen und ich finde es wichtig, dass man den in den Blick nimmt und da eine Stellung zu nimmt und zu hat. Und ich denke da oft drüber nach. Ich denke oft drüber nach, ich könnte morgen tot sein. Ich bin auf dem Auto unterwegs und du weißt, kann irgendwas passieren. Jeder hat das ja mal erlebt, dass so Sachen auf einmal kommt jemand von der Seite rausgeschossen oder sowas. Oder du gehst dann doch mal Gedanken verloren über die Straße und dann kommt ein Auto angefahren oder irgendwas. Es gibt Leute, die fallen um. Also plötzlich sind sie tot. Also das mitzuerleben, mitzumachen. Wir sind eigentlich verschont worden in unserer Familie von schlimmen Erfahrungen. Lange Zeit. Meine Großmutter, meine Großmütter ist natürlich gestorben, mein Großvater. Vor ein paar Jahren meine Mutter. Das war natürlich schon ein einschneidendes Erleben. Und ich war auch dabei, als sie gestorben ist, also im Krankenhaus. Aber wir konnten vorher miteinander beten und ich konnte sie gehen lassen. Natürlich war es traurig. Es war etwas, was dich auch mitgenommen hat, aber du kannst sie gehen lassen. Weil du auch ein Bild hast, ein konkretes Bild hast. Ich habe kein konkretes Bild, wie es aussieht, aber noch einen konkreten Hoffnungspunkt, wo ich bin. Ich gehe zu Gott, zu Jesus, gehe, gehe nach Hause. Und dadurch verliert Tod auch seinen Schrecken. War das das erste Mal für Sie, dass Sie jemanden haben sterben sehen bei Ihrer Mutter? Ja, bei meiner Großmutter habe ich sie kurz vorher gesehen. Und auch da war eigentlich, ich habe eigentlich in der Beziehung gewisserweise eine positive Beziehung zum Sterben. Weil meine Großmutter, die war natürlich auch in einem hohen Alter. Das Letzte, was sie mir sagte, ich gehe nach Hause. Genau so. Sie hat nicht mehr viel gesagt. Sie saßt in ihrem Sessel. Und danach war sie nicht mehr richtig wach. Und ein paar Tage später war sie dann tot. Und dann habe ich sie tot auch gesehen. Abschied genommen. Und zwar bei meiner Mutter genauso. Vorher und nachher. Und das ist wichtig. Und wir haben so das Gefühl, wir müssen den Tod so verdrängen oder verniedlichen. Ich weiß es nicht. Ich empfinde auch eine Beerdigung als eine sehr hilfreiche Erfahrung. Dass man miteinander dort ist. Viele sagen ja von Beileidsbezeugung, bitte Abstand nehmen und machen es im kleinen Kreis und weiß ich was. Ich finde, der Tod gehört ins Leben. Und viele sagen ja, komm, verbrenn mich und dann zerstreue mich da. Und dass man gar nicht mehr an ihn denken muss. Das ist so ein bisschen ein Zeichen der Zeit, habe ich das Gefühl. Die Wertlosigkeit des Menschen auszudrücken. Ich will den Leuten noch nicht mehr zur Last fallen und so. Dann hört man doch von vielen Menschen, die sagen, ja, aber da fehlt mir was. Mir fehlt der Erinnerungsort. Es ist so auch lieblos. So eine klassische Beerdigung kann man auch schön gestalten. Miteinander nochmal sich erinnern, dankbar sein und auch miteinander weinen und auch miteinander lachen. Also das ist ja das Besondere. Man sitzt bei so einer Beerdigung zusammen auch in einem großen Kreis. Man isst und man redet und man lacht auch wieder so miteinander. Und natürlich kommt die Trauer dann hinterher wieder. Aber das ist nicht sofort weg. Aber man gibt dem Tod einen Platz, den man miteinander teilt, miteinander in den Blick nimmt und wo man miteinander auch die Hoffnung teilt. Ich habe das Gefühl, ja, in unserer heutigen Gesellschaft wird der Tod entweder verkitscht oder eben weggedrückt. Aber er ist auch da. Er ist sozusagen dieser weiße Elefant, der da irgendwo steht im Zimmer und um den man dann herumredet. Und da, denke ich, können wir als Christen auch mal voll Hoffnung erzählen. Früher war es natürlich sehr viel dominanter, weil dauernd gestorben wurde. Heute ist es so. Wir leben heute viel länger. Und wenn die Leute sterben, dann sterben sie irgendwie im Krankenhaus weit weg. Wir kriegen es nicht mit. Und früher war der Tod viel stärker im Leben. Ja, ich musste die ganze Zeit daran denken. Philipp Mickenbecker, gerade gestorben. Übermorgen werde ich auf seiner Beerdigung sein. Und deshalb habe ich irgendwie diese Nacht nur zwei Stunden geschlafen und das hat mich ganz schön mitgenommen. Und ich will gar nicht dann darüber hinweggehen, über diesen Trauerprozess sozusagen. Ich will das gar nicht abkürzen, sondern ich will das ganz bewusst zulassen, so unangenehm mir das auch ist. Und ich fand es jetzt interessant, wie Sie das beschrieben haben auch, man merkt ja, selbst Sie hatten das eigentlich eher in einem, also jetzt nicht in einem jungen Alter erlebt. Aber wenn jetzt jemand mit 23 stirbt und der ganze Freundeskreis und dann auch im Krankenhaus dabei ist, so, das macht glaube ich schon was mit einem, dass man in so jungen Jahren plötzlich damit konfrontiert wird, was man eigentlich in der Gesellschaft so, wie Sie auch gesagt haben, eher weniger wahrnimmt und wenn, dann eher im höheren Alter. Und es sterben auch junge Leute. Deswegen ist das, was Sie gerade beschreiben, klar, miteinander auch den Tod in den Blick nehmen, ihn annehmen. Feiern ist das falsche Wort. Ihm aber nicht die Kraft geben, sondern das Feiern ist das Miteinander-Dasein und gegeneinander dem Tod die Hoffnung, die gemeinschaftliche Hoffnung gegenüberstellen. Und dann gewinnt die Hoffnung am Ende. Und dass so jemand wie Philipp Meckenbecker, der es natürlich viel, ja, der so viel Hoffnung ausgestrahlt hat, ist da natürlich auch vielleicht ein Kristallisationspunkt. Und ja, vielleicht kann er auch nochmal dafür sorgen, dass wir miteinander auch darüber nachdenken, wie wir über Tod nachdenken. Ja, wie wir über Tod gestalten auch miteinander. Es ist ein Miteinander. Es ist, denke ich, das ist nicht was, was man wegschieben soll, einzeln verarbeiten soll, sondern, ja, es ist gut, wenn ihr viele seid und miteinander da seid. Und auch miteinander weint und das Loch auch spürt und es zulasst und es eben dann doch mit Hoffnung füllt irgendwann währenddessen. Das ist ein Prozess. Und ich glaube, dass das aus diesem Loch, das da ist, tatsächlich viel wachsen wird, bin ich ziemlich sicher. Dass das Loch, was er gerissen hat, mit so viel Hoffnung und Erwartung gefüllt wird, dass da ganz viele neue Blumen und Bäume wachsen werden. Aber es dauert. Und das ist so das Harte. Jetzt sieht man erstmal nur das Loch. Vielen Dank erstmal für die Worte. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so stehen und auf sich wirken. Gegen ein paar zu glauben ist zweifeln. Sie haben schon gesagt vorhin ganz, ganz wichtig, wir täten gut daran, das mehr zu tun, haben Sie schon uns nahegelegt, auch als Kirchengemeinden. Woran haben Sie zuletzt gezweifelt? Naja, was ich eben beschrieben habe, denke ich, wie wirkt Gott eigentlich? Und was macht er mit unseren Gebeten? Das ist die große Frage. Wenn ich jetzt bete, wird sich da jetzt wirklich was ändern? Ändert das was durch mein Gebet? Weil man betet ja manchmal auch ins, man hat das Gefühl ins Nichts hinein. Da passiert nichts, da ändert nichts. Andererseits denke ich, ja, es kann ja nicht sein, ich kann ja nicht nur, jetzt bete ich mal und dann klack, passiert das. Das weißt du auch, dass das nicht so ist. Und das Beten ein Prozess ist. Und trotz allem bin ich halt überzeugt, das Beten was tut. Es tut es eben nicht nur mit dir, sondern es passiert was im Gespräch, entsteht was Neues. Das ist ja auch immer eine Frage. Was ist so Beten überhaupt? Ich sage Gott, jetzt muss ich Gott das überhaupt sagen? Das weißt du ja doch schon alles. Das sind auch die großen Themen, die man in der Bibel schon hat. Bevor du auch nur säufst, während du schon säufst, ich weiß doch schon, was du willst. Was ist Gebet überhaupt? Das ist ein Gespräch. Gebet ist ein Gespräch. Ein Gespräch mit dem Schöpfer und es kommt auch was zurück. Also du schaust auf die Welt und da kommen auch Antworten zurück im Gebet selber oder im Leben danach. Und so wie im Gespräch immer was Neues entsteht, neue Gedanken, auch vielleicht manchmal neue Bewegungen, so entsteht auch in dem Gespräch von mir zu Gott was Neues. Und es hat auch die Kraft, Dinge zu verändern. Das glaube ich auch. Und manchmal ist Gebet auch nur das Aussprechen, was Gott vielleicht schon beschlossen hat oder was Gott schon vor Augen hat. Das kann auch Gebet sein. Die schöpferische Kraft. Die schöpferische Kraft, ja. Was ist zum Beispiel, man wird darüber geprägt, was ein Heilungsgebet zum Beispiel, ja. Das ist ja auch für einen Wissenschaftler ein sehr schwieriges Thema. Also das ist jetzt hier so ein Handaufleger oder was bist du da? Das ist auch sehr esoterisch. Ja, was machen die Christen da eigentlich so? Aber Christen reden, sie bitten, sie flehen. Sie werden nicht immer erhört. Es ist ein Gespräch, nicht alles, was man bittet, bekommt man. Aber manchmal gibt es vielleicht auch Momente, wo man einfach das jetzt ausspricht, in dem Moment einem Menschen Gesundheit zuspricht, weil Gott es auch beschlossen hat. Und ich glaube, es gibt so die Momente, wo man das Gefühl hat, das wird jetzt gehen. Also es gibt keine, Gebet ist viel zu komplex, als dass man es in einem Satz sagen kann. Aber deswegen, dieser Satz, im Gespräch entsteht was und es verändert was. Ich glaube, das ist ein vager genug Satz, der hilft und der es beschreibt, der wissenschaftlich nicht abschließend ist, wissenschaftlich nicht tauglich ist vielleicht. Und vielleicht glaubensmäßig. Es gibt Leute, die sagen, wenn du nur betest, dann passiert das. Es steht ja auch in der Bibel drin, wenn du nur bittest, dann wird dir gegeben. Und so bete ich auch. So bete ich auch. Ich bete, aber auch trotzdem mit dem Hinterkopf. Ich muss am Ende Gott schon überlassen zu entscheiden, was auch der richtige Weg ist. Deswegen ist das Zweite, was ich dann gelernt habe, beten ist auch loslassen. Und so ist es beim Beten auch so, dass man was ausspricht, es Gott gibt, Gott überlässt. Es ist nicht mehr nur noch mein Problem, es ist unser Problem, es ist unser gemeinsames Problem. Und da gehen wir auch gemeinsam mit um. Das ist auch ein Versprechen, ein Gebet wieder. Jetzt können wir einen ganzen Podcast über Gebet machen. Und es klingt so, als wäre ich der beste Beter dieser Welt, aber nicht der schlechteste Beter, den es überhaupt gibt. Aber man merkt, ich denke halt drüber nach. Ich habe mich gefragt, ob die Antwort vielleicht auch hilfreich sein könnte. Zum Beispiel jetzt bei Philipp Mickenbecker zum dritten Mal Krebs. Wie viele Christen haben für Heilung gebetet? Das ist natürlich immens. Und er ist jetzt doch gestorben. Und das wirft bei ganz, ganz vielen sehr viele Fragen, also tiefe Fragen auf und fühlen sich da sehr, sehr herausgefordert. Und ich meine, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, zu sagen, naja, Gebet ist auch loslassen. Und letztendlich ist vielleicht nochmal ein wichtiger Gedanke einfach an der Stelle, auch wenn man das wahrscheinlich abschließend nie zufriedenstellend beantworten können wird. Ja, aber es bleibt trotzdem diese große Kraft im Gebet, gerade auch im gemeinschaftlichen Gebet. Und wo, glaube ich, wo ich eben gesagt habe, ganz neue Dinge daraus wachsen werden. So, und das ist das Entscheidende. Wo Gott eben gesagt hat, das klingt jetzt auch wieder sehr unwissenschaftlich, ja. Es wird jetzt so gehen, es wird seinen Gang gehen. Aber aus eurem Gebet wird, glaube ich, ganz viel Neues entstehen. Und ja, diese neue Hoffnung. Und vielleicht, ich habe es in meinem, ich habe es dann auch auf Twitter geschrieben. Ich glaube, es gibt Leute, die beeindruckend durch ihr Leben und manche durch ihr Sterben und manche durch beides und die Hoffnung, die sie da austragen. Und ich glaube, dass mancher wird durch das Sterben die Hoffnung sogar noch größer. Das ist ein schwacher Trost, aber es wirkt vielleicht auch als Kristallisation und als Hoffnungspunkt. Ja, warum musste Jesus sterben? Das ist auch so die Frage. Warum müssen wir überhaupt sterben? Wir müssen alle sterben. Es ist Teil des Lebens, Teil des Plans und damit müssen wir auch umgehen lernen. Dass die Pläne eben manchmal anders laufen und trotzdem, trotzdem hoffen wir immer wieder neu.